die mods sind da und zwar sind es ziemlich weniger heute und damit herzlich willkommen bei mr bauer gaming mit einer weiteren mod vorstellung der mods die heute im giants mod hub freigegeben worden sind es sind dies zwei updates zwei neue mods und eine neue karte und auf der befinden wir uns und zwar heißt diese karte der risux wald oder le forêt du risu und zwar basiert diese karte auf einer region zwischen dem französischen und dem schweizerischen jura gebirge also einer kette von kalkbergen die zwischen frankreich und dem norden der schweiz liegt und zwar ist es definitiv so dass dieses sehr bewaldet ist diese region sehr viel agrarfläche gibt aber in den meisten fällen herrscht jedoch die forstwirtschaft vor das zeigt auch diese map die wir uns gleich mal anschauen und zwar kommt diese map von jm gaming downloadgröße 59,63 megabyte also nicht sehr groß die map in der version 1.0 und ist erstmal für pc und mac ich glaube mal dass diese karte dann gute chancen hat noch über den mod hub in und auch für die konsolen zu kommen es ist eine standard größen karte also nicht etwas großes ich glaube einfach hier muss noch die zweite phase der testphase bei giants noch überstanden werden aber ich sehe keinen grund warum das nicht dann geschehen oder erfolgreich sein sollte gut wir schauen uns die karte mal von der höhe an also wir sehen hier es ist definitiv eine karte die vor allem auf den forstwirtschaft wieder ausgelegt ist wir haben gleich hier unter uns das sägewerk hier dann gibt es für einzelne land felder das scheint sehr real zu sein im jura gebirge also hier kenne ich mich ein bisschen aus also ich komme aus der schweiz ursprünglich und ich würde mal sagen stimmt die region könnte so ausschauen also es gibt sehr viel wald und eben vereinzelt wo es lichtungen gibt im wald gibt es eben ein bisschen ackerfelder wie hier auch ziemlich gut nachempfunden ja die umgebung um die karte rum würde ich sagen stimmt teilweise also es ist ziemlich spannend stimmig gemacht also diese region also diese blickrichtung hier stimmt wobei also diese hier zu hoch ist das ist das jura gebirge ist nicht so hoch so würde ich das nicht beschreiben es ist passt eher in dieser richtung hier das würde ich definitiv abkaufen dass es jura ist hervorragend gemacht dass die umgebung schade dass das karten ende halt dann trotzdem ziemlich weit darüber schwebt also es ist dann hört halt einfach auf nicht so schön gemacht wie das bei anderen karten der fall war wir können sogar darüber hinweg fliegen über das karten grenze hinaus also wir sehen hier dass hier sehr sehr viel waldflächen da sind natürlich wir schauen uns kurz die karte an und zwar können wir sehen es ist hier eine standard größten karte also zwei mal zwei kilometer in der größe mehr oder weniger also überall wald 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 dann haben wir vereinzelt ein paar flächen und wir können auch sehen dass die größte teil der der flächen die frei sind grasland ist ja also es gibt 1 2 3 4 5 verschiedene felder die anders bewirtschaftet sind wir schauen uns gleich mal an welches land zu uns gehört und zwar haben wir von anfang an das feld 19 das zu uns gehört eine fläche von 0,77 hektaren und wir haben hier diesen kleinen plot hier also dieses kleine landstück hier auf dem gebiet der des shops wenn wir hier reingucken das ist also der shop und da gehört er hat eine ecke von diesem und dieser hoffläche quasi gehört zu uns das ist da wo der kleine rote trecker steht und auch das etwas anderes noch drauf steht und kommen wir gleich zurück das ist auf jeden fall so der zentrale anlaufpunkt dieser karte ja also wir müssen nicht groß durch die karte gehen also das ist der universelle verkaufs und kaufspunkt also da können wir sehr viele produkte verkaufen und auch kaufen dann ein schönes detail finde ich das ist sehr schön gemacht die mich gemacht ist dass hier zum beispiel der shop hier nicht der shop die garage also die der der workshop die reparaturstätte ist hier in der renovation also die ist nicht im betrieb hier die kann man also nicht nutzen hier da gibt es hier eine tankstelle und da wurde ein provisorischer workshop aufgebaut und zwar ist diese werkstatt hier unter diesem chat also sehr schön irgendwie passend gemacht also ein provisorium während die hauptwerkstatt repariert wird hier haben wir auch noch verkaufspunkte also ein verkaufspunkt wir haben da drüben ein verkaufspunkt und ein kaufpunkt bis wir weiterhin haben wir hier unten natürlich das sägewerk ansonsten ist auf der karte nichts weiteres verbaut also produktionen suchen wir vergeblich es gibt den viehhändler der da ist eben es gibt eine tankstelle die da ist dann gibt es den fahrzeughändler und dann gibt es eben der rochette shop wir schauen uns mal den verkaufskatalog an wir sehen dass wir im rochette job alles kaufen oder verkaufen können also hier weizen kann gekauft wie auch verkauft werden gerste ebenso alles ist hier im prinzip für die standard früchte ist auf jeden fall alles vorhanden es sei denn baumwolle baumwolle kann nicht verkauft werden und auch nicht gekauft werden zuckerrohr ist alles wieder da und auch wolle kann nicht verkauft weder gekauft noch verkauft werden also wolle ist hier fehl anzeige des weiteren gibt es einen ankaufspreis für uns von milch also das heißt hier können wir durch kaufen gehen hier können wir hackschnitzel natürlich rochette shop kaufen oder verkaufen natürlich nehme ich auch mal an dass sobald man das sägewerk besitzt dann auch hier das entsprechend auftaucht silage kann verkauft an und verkauft werden holz kann im sägewerk verkauft werden gras kann gekauft werden aber nicht verkauft werden heu genauso stroh kann verkauft und gekauft werden dann haben wir natürlich weitere sachen wie zum beispiel mehl das kann verkauft werden kuchen und so weiter das ist alles in ordnung dann kann stoff verkauft werden ob schon wir die wolle nicht kaufen oder verkaufen können genauso wenig wie die baumwolle kleidung auch hier alle produkte der produktion können verkauft werden bis auf bretter bretter können nicht verkauft werden ob schon es eine forstwirtschaft gerade ist können also hier keine bretter verkauft werden dann auch kann nicht verkauft werden mist und gülle weil natürlich keine bga verbaut ist das ist klar dann ist auch kein steinbrecher auf der karte eingebaut also von daher muss man den selber dann hinstellen wir stellen wie es wir wir schauen uns mal kurz das starting equipment an was wir bekommen und zwar kriegen wir den new holland den t8 350 genesis also das ist den der wir bekommen dann haben wir hier natürlich auch unsere besucher hier dann kriegen wir den pottinger den faro 40 10 die hat sich auch jemand versteckt und kommt nicht weiter sehe ich das richtig oder was haben sie hier vor ja kann ich ihnen weiterhelfen bitte sprechen sie mit mir oder verstehen sie kein deutsch es geschöpfe wo sie die ok sei dahingestellt also hier haben wir auf jeden fall die ein pottinger frontmähwerk und jetzt ist sie weg dann haben wir das pöttinger schmetterlings mähwerk und dann haben wir einen kuhn einen ziemlich großen schwader denke ich mal ja für finde ich mal ziemlich großen schwader hier ja das ist das was zum starting zum start equipment gehört das ist nicht viel also es wird definitiv suggeriert dass wir hier mit der grasland arbeit beginnen das ist das was hier vorgegeben ist also für forstwirtschaft ist hier nichts hingestellt ja das ist im prinzip alles was zu der karte zu sagen ist die stimmung stimmt es ist sich wirklich so vorzustellen im jura um ja es ist eine sehr sehr kleine karte also auch die download größe spricht für sich also knappe 60 megabyte ist nicht eine sehr große karte und hier gibt es natürlich sehr viel arbeit okay das war es mal zu der neuen karte wir gehen gleich weiter zu den updates jedoch möchte ich mich erst mal ganz ganz herzlich bei band und wand der venuse für die abos bedanken ganz ganz herzlichen dank dafür es hilft dem kanal natürlich enorm weiter diese abos jedes abo zählt habe vor oder das ist mein ziel dass ich so bis zum wochenende oder nach dem wochenende so auf die 500 abos komme das würde mich sehr sehr freuen hoffentlich kriegen wir das hin ich tue alles ich was ich tun kann um dies zu erreichen wie ich versuche auf jeden fall natürlich auch morgen im live stream um die kamsten farm noch mal ein bisschen druck zu machen ein bisschen abos abonnenten zu bekommen des weiteren natürlich nicht verpassen die neue serie rund um die hobos hollow farm die wir im moment aktiv bespielen das heißt hier eine geschichte erzählen es soll ein bisschen etwas ähnliches werden wie ein community eine community let's play kann mir vorstellen dass ein multiplayer daraus entsteht es ist auf jeden fall geplant dass wir dann mal einen tag der offenen türe machen wo dann die leute reinkommen können also ihr könnt dann reinkommen die maschinen ausprobieren und so weiter so dass ihr quasi ja auch den betrieb kennen lernt so das war's von dieser seite wir gehen gleich zu den updates und zwar kommt das erste update für die drehschirmelsperre von fss amodding team und zwar mit der downloadgröße von 16 kb in der version jetzt 1.0.0.1 und ist natürlich für pc und mac der changelog sagt die möglichkeit zum blockieren von sattel aufliegen und anhängen ohne drehschirmel wurde entfernt geändert die standard tasten belegung zu und dann kommt die eckige klammer auf geändert und zwar damit wurde natürlich eine eine kollision mit einem anderen mod verhindert und zwar kann dieses aber auch geändert werden in den tastatureinstellungen natürlich entsprechend ja so wie eigentlich überall die tasten belegung kann beliebig geändert werden kommen wir zum nächsten update und zwar kommt das für die manuelle mitrescher entladung kommt von vertex float downloadgröße 20 kb in der version 1.0.0.1 und ist auch für pc und mac das änderungsprotokoll sagt multiplayer behoben also hier wurde wahrscheinlich die fähigkeit für die multiplayer natürlich hinzugefügt die desk version aktualisiert und verbessertes gui verhalten wir kommen zu der ersten neuen mod die heute herausgekommen ist und zwar kommt diese von dutch modding incorporation und zwar mit der downloadgröße von 1,45 megabyte in der version 1.0 und ist für pc und mac und zwar ist dies der ceres gc 600 handelt sich dabei um einen mulcher mit dem gewicht von 980 kilo braucht 70 ps hat eine arbeitsbreite von drei metern und eine arbeitsgeschwindigkeit von 20 km h dieses gerät erscheint nicht sehr teuer zu sein also kosten 5800 euro weitere konfigurationsmöglichkeiten gibt es hierzu nicht wir kommen zu den nächsten neuen mod und damit auch gleich zur letzten neuen mod von heute und zwar heißt diese mod tiefbrunnen kommt von hastils mods qwerty downloadgröße 0,4 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar ist das der tiefbrunnen wie hier zu sehen natürlich im baumenü unter container zu finden ein tiefbrunnen aus dem man wasser entnehmen kann ja ein brunnen mehr wir haben jetzt sehr viele brunnen schon im spiel oder in den mods ist natürlich etwas eine andere form hier schön stimmt passt genial das war es denn auch schon wieder von den mod vorstellung von heute zu den paar mods die heute herausgekommen sind ein paar sind updates gewesen ein paar neue mods und natürlich eine neue karte ich hoffe euch hat dieses video gefallen falls ja dann lasst doch bitte gern den daumen da falls ihr keine weiteren videos mit ähnlichem inhalt verpassen wollt dann bitte erholt doch das abo damit ihr auch dem kanal weiterhilft nicht vergessen morgen abend um 18 uhr hier in diesem kanal der live stream von der old stream farm und natürlich auch nicht vergessen die neue serie zu sehen wo es darum geht dass wir eine kooperative im us amerikanischen idaho betreuen leiten und dabei natürlich auch sehr viele aspekte um die region idaho kennenlernen das heißt auch die geschichte wird da besprochen wir sprechen auch über die geschichte von schon die an sich also verschiedene aspekte die mithelfen sollten dass man auch etwas dabei lernt beim diesen let's plays das war es dann noch mal ganz ganz herzlichen dank von meiner seite ich wünsche euch noch einen schönen abend danke tschüss und hasta luego